Schwierig. Egal, gucken wir uns jetzt das hier an. So. Ich hab jetzt schon starke Schmerzen. Du, warum glaubst du, hab ich zwei Evo genommen? Ich bin Präventivmeister hier. Was? Präservativ? Nein, nein, nein. Nicht bei fünf Kindern. Jo, Freunde der dummen Aussagen. Ich muss leider mal wieder ein Video über Freiraum Reh machen. Und zwar hat Anbubble eine neue 13-Frage-Folge hochgeladen, wo es um Wokeness in unserer Gesellschaft gegangen ist. Und wie ihr am Titel erkennen könnt, heute geht es nicht um Dortmund. Sorry, der musste sein. Freiraum Reh hat hier wirklich, und das meine ich komplett ernst, rassistische Aussagen gedroppt, mal wieder unfassbare Doppelmoral gezeigt. Und sie ist halt einfach Freiraum Reh. Bevor das Video weitergeht, aber kurz eine Meldung vom Sponsor des heutigen Videos. Dungeon Hunter 6. Und es gibt heute sogar was zu gewinnen für euch. Dungeon Hunter 6 ist ein Free-to-Play-R-RPG-Game. Auch direkt an. Und zwar sagt sie das hier. Nämlich, dass Woke eigentlich ein Begriff ist, der auch aus der Black-Community kommt. Ähnlich wie Rest in Power. Ja, wir haben immer wieder Ausdrücke, die geprägt sind von der Black-Community, bei denen es schon schwierig ist, darüber zu urteilen als Weißer. Also eigentlich haben gerade wir als weiße Menschen nicht das Recht, über diesen Begriff oder die Community dahinter zu beurteilen. Und wir hatten tatsächlich im We are for Queer-Diskussion. Dann hat sie sich ja gerade jetzt selbst ins Ausgeschossen, oder? Wenn du kein Recht hast, darüber zu urteilen, dann hast du auch generell die Schnauze zu halten. Sowohl für als auch gegen. Also Fürsprache als auch Kritik. Da hast du die Backen zu halten. Aber das ist das, was du nicht machst. Du hältst nicht die Backen. Gott. Eine weiterführende Diskussion, ob wir uns selbst als Woke bezeichnen dürfen, wenn das ein Begriff ist, der aus der Black-Community kommt. Denkst du noch an die Rappelbox mit den Schrauben? Ich glaube, das, du kannst, wenn sie einmal so mit ihrem Kopf schüttelt, ne? Also entweder hörst du gar nichts oder du hörst es nur rappeln. Mehr kann ich da als weiße Person eigentlich nicht zu sagen. Es wäre schön, wenn du nicht mehr dazu sagen könntest. Dann würdest du mal die Backen halten. Aber du sagst ja immer mehr dazu. Ich darf mich, ich habe nicht das Recht, mich als weiße Person als Woke zu bezeichnen. Da kracht es ja sowas von gewaltig. Also ich bin kurz davor, sprachlos zu sein. Aber ich versuch's trotzdem. Ganz kurz, nur mal um das festzuhalten. Wenn eine schwarze Person sagt, dass sie Woke ist, dann ist das absolut in Ordnung. Wenn eine weiße Person das macht, dann geht das natürlich gar nicht. Und naja, wie nennt man das, wenn man Menschen mit unterschiedlicher Hautfarbe anders behandelt? Rassismus. Rassismus. Richtig, Rassismus. Noch lustiger ist allerdings die Vorstellung, dass in diesem WeForQueer-Discord zehn weiße Leute darüber diskutiert haben, ob man diesen Begriff nutzen darf, weil der ja von Schwarzen kommt. Wokeness bedeutet ja aber quasi nur wachsam sein gegen so Dinge wie Rassismus und Diskriminierung. Als ob irgendein Schwarzer sagen würde, ähm, sorry, wir haben den Begriff vor 100 Jahren erfunden. Ist ja toll, dass du gegen Rassismus bist, aber bitte nutz diesen Begriff nicht. Wenn ich eine Sache gelernt habe, dann ist es, dass Schwarzen sowas komplett egal ist, weil die ganz andere Probleme haben. Nur diese super guten Menschen wie Freiraum, die immer weiß sind, machen sich über sowas Gedanken, weil sie ja super woke und gutmenschenmäßig unterwegs sein wollen, einfach nur, um sich selber als den besten Menschen der Welt darstellen zu können. Ganz wichtig, nur schwarze Menschen können woke sein, wenn man das Ursprüngliche betrachtet. Genau. Worte entwickeln sich weiter? Ja, sicherlich. Diese Argumentation wird kommen. Aber der Ursprungsgedanke war ein Gedanke und eine Prägung aus der Black Community. Von daher habe ich nicht darüber zu entscheiden, ob sich dieser Begriff weiterentwickelt, sodass wir Weiße ihn annehmen dürfen. Ja, wir haben eigentlich nicht, Du hast für Dich das entschieden. Danke. Aber Du entscheidest auch nicht für die anderen, was sie sagen oder denken sollen. Die ist komplett... Oh, Gott sei Dank. Wir haben nicht das Recht dazu. Warum muss sich der Begriff denn überhaupt weiterentwickelt haben? Nur weil eine Gruppe von schwarzen Menschen das erfunden haben, heißt es doch nicht, dass nur Schwarze das nutzen dürfen. Vor allem ist der Begriff ja vom Grunde her eigentlich sehr positiv. Als ob irgendjemand, der schwarzes, dann was dagegen hat, dass Du Dich wachsam gegen Rassismus nennst. Geil ist aber auch das hier. Ich erwarte von der Seite von Alice Haas, dass er faktenbasiert ist, sondern von der anderen Seite sehr, sehr viel Bauchy, Bauchy. Und ich glaube, das fasst das komplette Video zusammen. Ich glaube, mehr wird da nicht kommen. Das wird schwierig. Oh, das wird schwierig. Oha. Ich weiß nicht, wie ich heute gelaunt bin. Ich weiß nicht, wie ich heute auf solche Leute reagiere. Aber auch Hohlraum-Rena. Alter Schwede. Und wisst ihr, was mir am meisten Sorge macht? Wie gerade ist die gerade online? Die hat über 1000 Zuschauer. Das heißt, es gibt 1000 Leute, minus die Dunkelziffer an Hatewatchern, oder die sich einfach nur darüber belustigen. Aber sie wird wahrscheinlich auch einen großen Anteil haben an Leuten, die sie hundertprozentig based finden. Es gibt so viele, excuse me, so viele strunzdumme Leute. Also richtig bodenlos dumm. Komplett desillusioniert. Komplett realitätsfern. Komplett eine verzerrte Selbstwahrnehmung. Eine selbst, eine verzerrte Weltanschauung. Und es gibt so viele davon. Wieso gibt es so viele? Ich verstehe es nicht. Du kannst nicht bei allen Sachen recht haben, um Gottes Willen. Du kannst nicht 100% base sein. Du kannst nicht 100% recht haben. Aber wie kann man bitte in so vielen verschiedenen Punkten falsch liegen? Vor allem dieses, ich erwarte sehr viel Bauchy-Bauchy-Gefühl. Aber hey, Warkness, finde ich, als Weiße darf ich nicht verwenden. Ich habe dazu kein Recht. Was ist denn das bitte für ein Basis-Argumenten? Ist das nicht Bauchy-Bauchy-Gefühl? Das ist eher ein Darmgefühl, lasse ich jetzt mal sagen. Lass gut sein. Wie sie einfältig da sitzt mit ihrem merkwürdigen Zöpfchen und so, als wäre sie so eine kleine verzogene Göre. Die ist über 30. Die hat vergessen, die ist vom Körper her, ist sie älter geworden und gereift. Aber der Kopf, der Verstand, der hat das nicht mitbekommen. Die ist immer noch so 11, 12. Also ich glaube, es wird eine Bauchy-Bauchy-Seite und eine Ich-versuche-zu-Erklären-Seite. Ja, okay. Diese Bauchy-Bauchy-Seite ist natürlich ziemlich doof, weil aus einem Bauchgefühl raus zu argumentieren, ist natürlich nicht so klug. Was macht sie original eine Minute später? Ich möchte diesen Menschen nichts unterstellen. Ich habe manchmal das Bauchy-Bauchy-Gefühl, dass die Menschen, die so was sagen, also Menschen, die nur aufgrund ihrer Hautfarbe genommen werden, dass sie glauben, dass schwarze Menschen zum Beispiel einfach dummer sind. Also sehr offen gelebter Rassismus für mich. Wow. Diese Menschen alle glauben, dass der Job nur vergeben wird, um die Quote zu erfüllen. Dass es sich hier aber um identische Qualifikationen handelt und dass dann zum Beispiel ein Mensch mit einer schwarzen Hautfarbe oder der schwarz gelesen ist oder der eine Behinderung hat zum Beispiel, genommen wird. Nein, das ist eben nicht die Quote, die erfüllt werden muss. Es geht eben nicht nach gleicher Qualifikation. Das ist ja der Hauptkritikpunkt einer Quote, du Hohlraumversiegelte. Dass das dann nur geschieht, um die Quote zu erfüllen und dass sie diesen Menschen einfach absprechen, die identische Leistung zu bieten. Da ist das Bauchgefühl von Freiraum Reh, wo sie den Handeln einfach komplett Rassismus unterstellt, natürlich wieder komplett in Ordnung und sehr, sehr wichtig. Die Frage ist natürlich, worauf hat sie sich denn überhaupt bezogen, wenn sie einfach zu dem Schluss kommt, dass ja eine schwarze und eine weiße Person hier die gleichen Qualifikationen hatte. Naja, ich kann euch den Clip einfach mal zeigen. Dann hatte ich ein Moderatoren-Casting, was gar nicht lange her ist und da wurde mir im Nachhinein gesagt, Caro, gut gemacht, stabile Leistung und telegel, alles in Ordnung, aber du bist leider nicht divers genug. Wo ich dachte so, hey, bin ich... Ja. Ja, was jetzt? Wir armen weißen Menschen räumen langsam bewusst Plätze für mehr Diversity. Und ja, das ist furchtbar, dass wir privilegierten weißen Menschen, die jetzt 30 Jahre lang alle Jobs in allen Branchen bekommen haben, langsam mal den Platz räumen müssen für Menschen, denen dieses Privileg in den letzten 40, 50, 100, 200 Jahren eben nicht zuteil wurde, dass wir da jetzt auch mal zurückstecken müssen. Das sind... Wisst ihr, was mich jetzt gerade beruhigt? Dass ich euch jetzt hier nicht erklären muss, wie wrong sie ist. Ich muss euch nicht erklären, was für eine gequälte Scheiße sie gerade von sich gibt. Ich merke das schon an euren Reaktionen. Ich merke das schon an euren Reaktionen, dieses... Boah, das hat die euch nicht gesagt, ne? Boah, ich kenn euch ja auch mittlerweile. Ich weiß ja, wie ihr tickt. Und ich weiß, wie ihr teilweise auch die, die nicht sagen, ich seh eure Gesichter. Sind wir nicht gewohnt. Und das tut weh. Also erst mal hat diese Person ja selber gesagt, dass die Qualifikationen wahrscheinlich genau die gleichen gewesen sind. Das heißt, dieses bauchi-bauchi-gefühl macht schon mal gar keinen Sinn, denn sie hat es vorher ja auch schon genauso erklärt gehabt. Aber auch gut ist, wie Freiraum Reh einfach Diskriminierung mit neuer Diskriminierung bekämpfen will. Jemanden einen Job zu geben, weil er bestimmte Merkmale hat, wie zum Beispiel Hautfarbe oder Sexualität oder Geschlecht, ist halt einfach diskriminierend. Nur weil es für Freiraum Reh hier ausnahmsweise mal die richtigen trifft, macht es das Ganze ja nicht besser. Die Frage ist auch, was kann zum Beispiel diese Frau jetzt dafür, dass unsere Gesellschaft vorher viel rassistischer gewesen ist? Warum muss sie denn jetzt Nachteile dadurch haben, obwohl sie ja gar nichts dafür kann? Und das wäre für mich ein ganz konkreter Punkt aus meiner ganz persönlichen Erfahrung heraus, wo ich finde, da muss man drüber sprechen. Da können wir drüber sprechen. Also wir können gerne über strukturelle Probleme unserer Gesellschaft der letzten 300 Jahre sprechen und dann werden wir zu der Erkenntnis kommen, dass wir weißen Cis-Menschen vielleicht in Einzelfällen tatsächlich mal auf den Job verzichten müssen. Sagt eine Freiraum Reh, die in einer Position ist, wo sie mit Sicherheit nicht aufgrund von Quote, aufgrund von Benachteiligung irgendwie auf ihren Job verzichten muss. Während sie hier gerade steht und davon berichtet, dass sie alle Qualifikationen hat, die wirklich sehr telegen ist, sie wirklich alles mitbringt, was einen Job braucht, nicht angenommen wird, aber weil sie nicht divers genug ist. Hm, dann sagt sie mir, ich sage, okay. Schwierig, schwierig. Verzichte bitte auf Stream. Nein, bloß nicht. Auch wenn unsere Leistung solide war. Wenn überraschenderweise die schwarze Frau neben mir auch eine solide Leistung gebracht hat, dann wird das vielleicht in Zukunft mal so sein, dass die schwarze Frau genommen wird und nicht groenheitsmäßig die weiße Frau. Nein, eben das impliziert ja die Aussage nicht. Die Aussage impliziert, tut mir leid, du bist so komplett kompatibel zu dem, was wir brauchen, unsere Anforderungen. Du entsprichst an unseren Anforderungen. Auf jeden Fall. Aber du bist nicht divers genug. Jetzt kommt eine, die divers genug ist. Vielleicht qualitativ weniger auf dem Kasten hat als sie, aber divers ist dafür. Ja, dann komm halt rein. Das ist Diskriminierung. Frau dir daneben steht. Mir wäre das peinlich, sowas zu sagen. Mir wäre es so unglaublich peinlich, wirklich. Glaube ich nicht. Ja, wäre mir wirklich unglaublich peinlich, sowas zu sagen. Ja, Mann. Richtig peinlich, sich über Rassismus zu beschweren. Also das würde ich halt auch nicht tun. Freiraumree kann hier natürlich auch sehr einfach aus ihrer privilegierten Sicht argumentieren. Ich meine, sie hat nicht die Befürchtung, dass hier irgendwer den Job wegnimmt. Denn sie ist selbstständig mit einem eigenen Twitch-Channel. Ich habe gerade eben gesagt, sie ist in einer Position, wo sie echt das nicht zu befürchten hat. Ich möchte, dass sie sich bewirbt, dass sie sich für irgendeine fucking Arbeit bewirbt, wo sie eine Qualifikation vorweisen muss, wo sie wirklich Leistung bringen muss und nicht einfach nur sitzen und reden und hoffen, dass genügend Leute kommen, die sagen, okay, dann take es geil. Weil das ist arbeitstechnisch gesehen keine Arbeit. Real Talk. Ja? Bring deine Qualifikation, bring deine Lebenserfahrung, bring deine Arbeitserfahrung, geh bewirblich irgendwo und dann wird man dir sagen, du bist voll qualifiziert, aber leider nicht divers genug. Tut mir leid. Du kriegst diese Stelle nicht. Du musst woanders nach einer Möglichkeit suchen, deinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Du musst gucken, dass du irgendwo anders Geld bekommst. Irgendwo, ich weiß, das ist hier direkt um die Ecke und die Verbindungen sind auch gut und so weiter, aber tut mir leid, du kannst hier nicht arbeiten. Nein. Und dann guck mal, wie sehr sie rumholen würde. Wo man ja nicht plötzlich dann eine schwarze Person hinsetzt, weil ihr gehört ja dieser Channel einfach. Für andere Personen wie dieser Moderatorin, den... Oh, stell dich mal vor, dieselbe Situation. Da wäre jetzt eine schwarze, die es gesagt hätte. So, ich habe alle Qualifikationen, aber ich wurde nicht angenommen, weil gesagt wurde, wir haben schon genug diverse Leute, das wäre dann zu viel. Und ich, mich hätte man dann weggeschickt. Was meinst du, wie Freiraumrede abgegangen wäre? Weil das wäre dann doch wieder diskriminierend, oder? Denen der Job aber sehr wichtig ist, um am Ende des Monats die Miete zahlen zu können, da kann man sich dann natürlich drüber lustig machen, weil in dieser Situation ist man ja als Influencerin nicht. Ich meine, klar... Ach ja, stell dir mal vor, ein Sponsor gibt dir kein Geld, weil sie nicht divers genug ist. Ja, die Sponsoren. Oh mein Gott. Es kann halt auch ein bisschen existenzbedrohend sein, aber ganz ehrlich, es trifft ja die Richtigen also selber schuld, wenn sie weiß ist. Obwohl sie ist ja eigentlich auch eine Frau, aber das ist hier dann nicht mehr ganz so wichtig. Die Frage, die ich mir auch stelle, was hat das Ganze mit den letzten 300 Jahren zu tun? Ich meine, wie alt ist diese Frau? 30 vielleicht oder so? Also 90% der Zeit war sie gar nicht auf diesem Planeten und ich glaube, als Kind kann man in der Gesellschaft auch nicht ganz so viel bewegen. Gut, als Erwachsener auch nicht, aber das macht gar keinen Sinn. Hä? Selbst schuld, wenn deine Vorfahren rassistisch gewesen sind. Das hast du jetzt davon. Ich sehe mich aber als Bundestagsabgeordneter nicht in der Rolle, dass ich für eine Gruppierung etwas im Parlament mache, sondern dass ich mich in ganz viele unterschiedliche Personen hineinversetze. Ja, das liegt auch daran, dass du halt nie für irgendwas kämpfen musstest, was Gruppierungen betrifft. Also natürlich brauchen wir Menschen im Parlament oder zum Beispiel auch einen Queerbeauftragten, der eben für diese Gruppen spricht, weil diese Gruppen keine Stimme haben. Also ich störe mich schon an der Formulierung von ich stehe nicht für eine Menschengruppe. Das tust du, so wie du da stehst. Du stehst für den weißen Mann, der du bist und das wirst du auch vertreten, auch im Parlament. Das heißt, wir brauchen diese Menschenvertretungen, damit die Menschen, die zum Beispiel diskriminierte Gruppen vertreten, das auch authentisch tun können. Um was zu erreichen? Es wird immer gefordert, ich möchte eine Conclusion, ich möchte ein Ergebnis. um was zu erreichen. Realistische Ziele bitte einmal vortragen. Wissen, wovon sie reden. Und sich selbst anmaßen zu sagen, ich stehe für keine Menschengruppe, ist, tut mir leid, aber es ist Bullshit, ist einfach, ist einfach nicht menschlich nicht möglich. Guckt mal hier, ey, ich habe gerade, ich möchte Hohlraumrekom noch zuhören, ne? Lest mal hier, eine Ex-Freundin von mir, vor ein bisschen über 20 Jahren war schwarz, Topnoten im Abi und sie hat nicht mal eine Leerstelle beim Bäcker bekommen. Die haben ihr auf den Kopf zugesagt, dass sie sie nicht einstellen können wegen ihrer Hautfarbe. Die Kunden würden sich unwohl fühlen. Das war schon krass. Aber dann kam Santa vorbeigeflogen, hat ihr ein bisschen Schnee über den Kopf geschüttet, dann ist sie wieder zurück und dann wurde sie angenommen, weil die, weil die Chefin in der Bäckerei gedacht hat, okay, jetzt bist du dann doch, weißt du, ach du Scheiße. Die Leute sind genauso hohl wie Hohlraumre selbst, ne? Genau, das ist biologisch nämlich einfach nicht möglich. Ein Mann wird... Wer kennt das nicht, halt mit dem Top-Abi willst du erstmal in der Bäckerei arbeiten? Natürlich, natürlich. Und die sagten, nein, du bist eine Schwarze. Siehst du die da hinten, hinter der Dings? Na, die da hinten in der Ecke am Kauern sind? Siehst du die so B-Movie? Oh, bitte nicht, bitte schick sie weg, schick sie weg, sie ist schwarz. Oh mein Gott, sie ist schwarz. Ich habe Angst. Alter, nicht mal der letzte Trash-B-Movie oder C-Movie oder Z-Movie würde sich trauen, sowas zu verfilmen. Immer wieder andere Männer repräsentieren. Absolut. Bitte noch Ärzte mit Krankheiten zulassen. Wenn mein Arzt selbst kein Diabetes hat, dann warst du ja gar nicht, wovon er redet. Ja, richtig. Nein, Freiraum-Re, das ist kein biologischer Fakt, sondern ideologischer Unsinn von dir. Auch als weißer, heterosexueller Cis-Mann, der dazu vielleicht noch reich ist, kannst du dich tatsächlich auch für die Probleme von anderen Gruppen einsetzen, auch wenn das jetzt dein ganzes Weltbild zerstören wird. Lustig ist auch, dass es für Freiraum-Re zwar wichtig ist, gegen Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe oder Sexualität oder des Geschlechts vorzugehen, dass Menschen aber auch aufgrund von anderen Merkmalen ganz schön diskriminiert werden können, das ist ihr irgendwie nicht ganz so wichtig. So Dinge wie die Armut beispielsweise sorgen für eine extreme Diskriminierung. Viele arme Menschen kommen quasi gar nicht in die Gesellschaft rein, weil sie auch zum Beispiel durch die Mietpreise immer weiter weg von den Städten gedrückt werden. Brauchen wir dann nicht irgendwie einen Geringverdiener beauftragen oder ist das Problem nicht ganz so schlimm? Diskriminierung, egal woher das kommt, sollte bekämpft werden. Also wäre ich auf jeden Fall für eine Armenquote im Bundestag. Mega genial ist auch diese Stelle hier. Also ein Beispiel ist, was ich immer sehr gerne mache ist oder bringe, weil das das Problem eigentlich auf den Punkt bringt. Ich bin in einer Schule, wo ich über Rassismus... Hat die nicht ein großes Problem mit kultureller Aneignung? Fototiert ihr gerade Sushi mit Stäbchen? ... als Weiße? Ich frage nur. ... von Schülern, von einem Schüler gefragt worden, weil ich redete die ganze Zeit über das N-Wort. Der meldete sich, ein 13-Jähriger, und fragte, Herr Kasim, Herr Kasim, darf ich mal eine Frage stellen? Was meinen Sie eigentlich mit N-Wort? Jetzt stand ich da. Was mache ich jetzt? Spreche ich es aus? Ja, tanze ich es vor? Was mache ich? Ich habe es in dem Moment... Fürchterlich. Ich hasse Menschen, sorry, ich hasse es, wenn man so ausgiebig am Futtern ist. Meine Güte, friss vor oder nach dem Stream, aber nicht während des Streams. Den Leuten irgendwie was vorzukrauen, finde ich ekelhaft. Oder machen Friss-Stream. So dass irgendwas... Kennt ihr diese komischen Muckbang-Scheißdinger-Video, wo die Leute wirklich hingehen? So ist es unhöflich. Wolltest du sagen, nur ein bisschen... Alter, kein Benehmen, ne? Er ist Autor. Ja, 72 ist scheißegal. Weißt du, was du da machst? Zehn Minute Pause, zehn Minuten irgendein Video gucken lassen oder so, sagen BRB, dann gehst du hin, frisst du aber doch nicht vor den Leuten fressen. Er weiß keine Antwort auf diese Frage. Ein 13-Jähriger steht vor euch und sagt, was meinst du mit dem N-Wort? Man sagt es und ordnet es ein. Wo ist das Problem? Bevor wir jetzt... Ach, du sagst es und ordnest es ein. Okay. ...auf eingehen. Hören wir noch mal, was sie einige Minuten später gesagt hat. Ja, er darf nicht mal ausreden, ja. Wie sagt der Polizei, sondern sie hat Angst vor dieser Teilmenge... Ich finde das nicht schlimm, ja, das ist halt natürlich auch kein Fakt, sondern das ist etwas, was ich persönlich schlimm finde. Ich finde das grauenvoll. Ich finde das grauenvoll. Warum muss er denn ständig unterbrechen? Warum sind Menschen nicht mehr in der Lage, einmal Sachen auszusprechen? Problem. Sie beschwert sich hier darüber, dass man diese Person ja nicht ausreden lässt, hat das aber vorher auch die ganze Zeit nicht gemacht und sagt dann einfach, hä, wo ist denn jetzt das Problem? Ja, das Problem wollte er dir gerade nennen, aber du hast auf Pause gedrückt, um dich darüber erstmal zu beschweren. Ey, checkt man diese Doppelmoral nicht oder was? Ja, also ich lasse andere nicht ausreden, aber ich finde, das ist auch nur ein Problem, wenn Leute auf meiner Meinung sind und man lässt die nicht ausreden. Noch besser ist dann aber auch die Antwort, nachdem sie dann doch so gütig gewesen ist und sich das Problem angehört hat. Aber allein das Aussprechen jetzt in dem Moment sehe ich nicht als problematisch nackt. Ich habe das so, wie ich es jetzt gerade erzähle, in einem Artikel geschrieben und bin rund gemacht worden. Ich wäre einer, der mit dem N-Wort kein Problem hat. Ich wäre ein Rassist. So weit ging das eben. Das finde ich absurd. Genauso wie ich die Oma in irgendeinem Dorf, die nicht... Oh! Auf einmal ist es ja doch mega absurd, so als ob sie den Typen doch zustimmen würde, nachdem sie ihn vorher aber gefrontet hat, weil sie ihn einfach nicht hat ausreden lassen. Das ist unfassbar mit... Ja, nee. Wenn ich jetzt einfach nur Space drücke und dann irgendwie in den Tirade loslasse, dann geht das erstmal so ein bisschen verschütt, was am Anfang gesagt wurde. Und dann muss man erstmal wieder einsortieren, was wurde jetzt am Anfang gesagt, wenn du das Video weiterlaufen lässt. Und dann geht so halt diese Aussagekraft, so ein bisschen verloren. Und man lässt nicht ausreden, sondern geht aufgrund eigener Implikationen erstmal auf eine Antwort zu, die vielleicht gar nicht, nach der gar nicht gefragt wurde. Der wirklich... Sehr gut ist auch dieser Take hier. ...ausgesprochen. Ich war ja eh dabei, es einzuordnen. Hab gesagt, das Beste wäre, die gesamte Gesellschaft wäre so wie du, dass man es gar nicht mehr weiß. Also lasst uns sinnvoll überstrachen. Nein, das Beste ist nicht, wenn diese Wort ausstirbt. Das Beste ist, wenn niemand vergisst, was mit diesem... Kannst du bitte wenigstens einmal das Maul leer machen, bevor du sprichst? Ey, mit vollem Mund spricht man nicht. Ey, nicht einmal ein bisschen. Ich weiß, ihr findet das nicht schlimm. Ich finde, also ich weiß nicht, ich wurde anders erzogen. Mit vollem Mund spricht man. Ich mache erstmal das Maul leer und dann rede. ...das Wort zusammenhängt. Es geht nicht um dieses Wort. Aber wozu genau braucht man denn jetzt das N-Wort? Also man kann ja die ganzen Gräuetaten, die die Europäer so getan haben, ja auch im Kopf behalten und darüber aufklären, ohne das N-Wort zu benutzen oder das weiter im Kopf zu haben. Also selbst, wenn das jetzt verloren geht und keiner kennt dieses Wort mehr, ändert das doch nichts an der Geschichte oder sehe ich das irgendwie falsch? Also ich sehe da jetzt keinen Mehrwert drin. Einem Dorf, die nicht Schokokuss oder Schaumkuss sagt, das ist keine Rassistin, sondern das ist eine Frau, die einfach... Das sagt auch niemand. Doch, doch, das sagt ihr durchgehend die ganze Zeit. Wann immer, als auch wenn man noch nicht im Ansatz weiß, was sagt. Wenn ich jetzt nur sage, oh, guck mal, sie guckt schon wieder nach dem Motto, ah nein, diesen Tag bringst du jetzt nicht, ne, aber wieso, was hast du denn gegen sie, bist du ein Rassist? Niemand sagt, dass eine Oma, die mit 80 aus Versehen nicht Schaumkuss, sondern das Ursprungswort sagt, dass die Rassistin ist, das sagt niemand, das ist so ein Bullshit. Nein, nicht aus Versehen. Wenn eine Frau alt genug, oder wenn ein Mensch alt genug ist und sagt, ich komme aus einer Zeit, da war das N-Wort kein Problem für mich, ich spreche es aus, verbinde es nicht mit irgendwelchen rassistischen, abwertenden, negativen Begriffen oder mit Intentionen, ja, weil ich anders erzogen wurde, ich konnte noch damit leben und auch mein Umfeld konnte damit leben, ohne gleich einen Hass zu bekommen auf POCs, dann werde ich das auch weiterhin. Ich werde mir jetzt nicht vorschreiben lassen, was ich zu sagen und nicht zu sagen habe. Dann wärst du die Erste, die sagt, du willst es also reproduzieren, also bist du eine Rassistin. Es zieht Rassismus einfach so hart ins Lächerliche, wirklich. Doch, genau das tun Leute, deswegen hat er das ja auch angesprochen und die Einzige, die Rassismus in den Dreck zieht, bist eigentlich du. In der Praagesschau haben sie eine Umfrage vorgestellt, eine aktuelle, wo es um das Vertrauen ging, was Menschen in Politik haben. Ganz klares Ergebnis, die Befragten, die haben ganz klar gesagt, wir haben das Gefühl, dass es nicht darum geht, was uns in unserem Leben, in unserem Alltag beschäftigt, sondern es geht um Randgruppen und somit Randthemen. Denn wenn man mal reingeht und schaut, was sind denn gerade die größten Sorgen der Menschen? Erstens die wirtschaftliche Lage. Was ich hier dran auch wirklich nicht verstehe, warum gehen die Leute auf der Gegenseite zurück? Sie zitiert gerade eine Umfrage der Tagesschau. Also ich denke mal, dass die anderen die Öffentlich-Rechtlichen auch gut finden. Also das kann eigentlich nicht der Grund sein. Und ich blende euch diese hier einfach mal ein. Und sie hat ja komplett recht mit dem, was sie sagt. Steigende Lebenserhaltungskosten, wohnende Deutschland unbezahlbar, neue Kategorie, schlechte Wirtschaftslage, Steuererhöhung, Leistungskürzung durch Corona, Kosten für Steuerzahler durch EU-Schuldenkrise, Naturkatastrophe, wetter extremer, autoritärer Herrscher, immer mächtiger, neue Kategorie, Klimawandel, Überforderung des Staates durch Geflüchtete, Überforderung der Politiker und Politikerinnen. Mhm. Das sind die Ängste unserer Bürger laut dieser Umfrage. Die gehen zurück, so als wenn das so Fake News wäre oder so. Aber nein, das sind die Ängste. Da gibt es keinen Grund zurückzugehen. Alter, habt ihr nicht verstanden, wie das läuft? Oh, du bringst einen Fakt, der durch eine Umfrage zu halten ist? Nee, sorry. Also so fangen wir hier gar nicht an. Ich gehe zurück. Also es ist ja jetzt wirklich keine Überraschung, wenn wir sagen, Wokeness wird instrumentalisiert von rechten Gruppierungen, Gendern, also was auch zu Wokeness gehört, wird instrumentalisiert von der AfD. Wenn wir uns allein mal die Mühe machen, AfD und Woke oder Gendern die Suchleiste bei Twitter einzugeben, dann ist das schon eine Bestätigung. Du nimmst Twitter als bestätigende Referenz? Wow. Ich wundere mich jetzt gerade darüber, dass ich mich darüber wundere. Für diese These. Also erstmal, die AfD ist kompletter Müll, bitte wählt die nicht. Aber warum kann denn die AfD das Gendern so krass benutzen? Also wenn das kein großes Thema ist, dann kriegt man damit normalerweise ja auch nicht so viele Wähler, oder? Naja, vielleicht liegt es daran, dass beispielsweise die Öffentlich-Rechtlichen das einfach komplett durchdrücken, dass in jedem Brief von irgendwelchen Städten und Gemeinden überall auch schon benutzt wird. Pass auf, ich erkläre euch was. Ja, es sind sehr viele nachweisbare AfD-Takes, denen es halt über Wokeness geht. Warum geht es über Wokeness? Was kann eine AfD angreifen? AfD kann Sachen angreifen, die passieren, wenn sehr viele Pseudo-Linke mit ihrer Wokeness, mit ihrer Pseudo-Wokeness hausieren gehen und auf die Straße gehen und groß laut werden und irgendwelchen Unsinn fordern, der gar nicht wirklich wichtig ist, um von den wirklichen Themen abzulenken, dann kommt eine AfD, die schlau genug ist, um die Punkte aufzugreifen und zu sagen, pass mal auf, wir haben andere Probleme, das sind Dorant-Probleme, wir brauchen so eine Scheiße nicht, die die Mehrheit der deutschen Gendern in der Sprache will, laut fast jeder Umfrage, die Mehrheit der Menschen, der deutschen Menschen, nicht und trotzdem wird es weitergemacht, das ist ein Punkt, der nervt, hört auf damit, dann heißt es, oh guck mal, ja, das sind ja mal wieder rechte Talking Points von der AfD, ne, ja, die instrumentalisieren aber halt solche Begriffe wie Wokeness, wie können sie die instrumentalisieren, wenn ihr nicht damit angefangen habt? Wie kann ich sagen, das ist Quatsch, wenn keiner diesen Quatsch macht? Ursache und Wirkung, versteht ihr? Indem ihr sagt, ja, das ist rechter Talking Point, weil die instrumentalisieren das, gebt ihr automatisch offen zu, dass ihr sie dazu gebracht habt, das instrumentalisieren zu können, weil ihr zuerst angefangen habt, diesen Scheiß zu instrumentalisieren. Ihr habt euch damit geschmückt, diese Selbstdarstellung, guck mich an, ich bin was Besseres. Aber dazu muss man ja ein bisschen weiterdenken, hinterfragen, so vielleicht mehr als nur von Tapete bis zur Wand zu denken. Ich finde übrigens den Begriff von der Tapete bis zur Wand denken sehr lustig. Den habe ich vor kurzem von Karl bekommen. Nicht auf mich, sondern den hat er mal vor kurzem erzählt, fand ich sehr lustig, habe ich mal glatt übernommen. Du denkst auch nur von der Tapete bis zur Wand. Nicht gut. Obwohl ein Großteil der Bevölkerung das nicht haben möchte, ja, dann kann man das nutzen, um mal Wählerschaft fangen zu gehen. Ja, ich habe das mit der Warenknecht-Partei gehört. Ich bin sehr gespannt auf Montag, sehr gespannt auf Montag, weil da wird alles bekannt gegeben. Ich bin mächtig gespannt, ich freue mich auch, ganz ehrlich. Die Punkte aufgreifen, die von der Bevölkerung eh schon abgelehnt wird, ja. Und warum greift AfD auch die Punkte auf? Weil, erst mal die Pseudo-Linken instrumentalisieren es, versuchen sich besser darzustellen, Pseudo-Wokeness, wir wollen, wir wollen, wir wollen, fordern, 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 fordern. Die Mehrheit der Bevölkerung will es nicht, AfD sieht, guck mal, die wollen es nicht. Wir brauchen jetzt, guck mal, pass auf, wir brauchen Stimmen. Wer gibt uns die Stimmen? Die Bevölkerung. So, was machen wir denn jetzt? Wenn wir die Stimmen haben wollen, dann müssen wir denen doch nach dem Mund drehen, oder? Pseudo-Wokeness, lehnen die Leute alle ab? Greifen wir das doch auch mal auf. Ja, können sie aber nur, wenn ihr Pseudo-Linken damit anfangt. Ja, diese Schmücken ist auch subjektiv und wird im Kulturkampf von Rechts- und AfD stark hochgespielt. Nein, dass das Problem ist, diese Pseudo-Woken, die eigentlich nichts wirklich tun für eine Community, sondern einfach nur zur Selbstdarstellung sich als Woken stellen, als ich möchte für marginalisierte Personen. Marginalisierte Personen wollen in Ruhe gelassen werden. Sie wollen Support, aber vernünftigen. Sie wollen nicht immer ins Lampenrecht gerückt werden. Sie wollen vernünftig, dass man vernünftig mit ihnen umgeht. Sie wollen keine Diskriminierung. Und sie sagen, jedes Mal, wenn ihr das alles so aufspielt, kommen selbst die Leute aus der möglichen Mitte, die so gar keine Berührungskontakte vorher hatten, die werden dann darauf aufmerksam, werden genervt und gucken dann genervt auf mich und sind dann sauer, weil ich ich bin. Obwohl ich dafür nichts kann. Dafür danke ich Freiraum geht, danke ich Shuyoka, danke ich Dekalent, danke ich all diesen Nasen. Dankeschön. Dazu passend dann auch dieser Clip. Wir haben keinen Gender-Zwang. Im Gegenteil. Wir haben Gender-Verbote, aber wir haben kein... Ja, wie kommt es denn zu einem Verbot? Jetzt bitte nochmal einmal die Rückfrage. Wie kommt es zu einem Verbot? Warum kommt es jetzt auf einmal zu einem Gender-Verbot? Wann kann man etwas verbieten? Wenn es doch nicht da ist, wenn doch etwas ein Problem oder irgendwie nicht mal wir nennen es jetzt einfach Problem. Wenn es keine Probleme gibt, wie kann man denn ein Problem verbieten? Wie kommt ihr darauf, die AfD verbieten zu wollen? Weil es die AfD gibt, oder? Es ist kein Zwang. Es gibt so viele Unis, wo du gendern musst. Es gibt so viele Arbeitsstellen, wo du gendern musst. Das ist einfach nur... Es gibt keine geregelten Zwang. Das stimmt. Es gibt keinen geregelten Zwang. Das stimmt. Na? Aber es gibt genügend, genügend Orte, an denen du gendern musst. Ansonsten hast du die Arschkarte. Und da man da jetzt wirklich sagt, einheitlich geht es scheinbar nicht, dass du dich darauf einigst. Wir haben eine Sprache. Darauf haben wir uns geeinigt. Die ist geregelt. Ja? Und die PISA-Studie zeigt, dass wir sowieso noch nicht ganz weit oben mitspielen und dann nochmal gendern. Von Leuten in einer Gesellschaft, die sowieso schon Probleme hat mit der deutschen Sprache, dann noch gendern und dann wundern, wenn es halt noch schiefer geht. Weiß ich nicht. Aber die Masse der Bevölkerung muss es nicht machen. Wenn ein Chef dir sagt, du musst gendern, obwohl du es nicht möchtest, musst du es machen oder du verlierst deine Arbeit. Ist das kein Zwang? Das ist genauso wie... Habe ich schon mal gesagt. Du stehst mit mir in einem Raum. Ich sage, komm, nenn mir deine Argumente. Du darfst die Wahrheit sagen. Aber, wenn mir diese Wahrheit nicht gefällt, ich möchte zum Beispiel nicht, dass du sagst, AfD ist blöd. Jetzt sag mir, wie findest du die AfD? Du findest sie komplett scheiße, die AfD. Wieso? Du kannst sagen, was du willst, aber wenn du sagst, die AfD ist blöd, kriegst du dann in die Schnauze. Aber ich verbiete es dir nicht zu sagen. Du kannst es sagen. Dann sagst du, die AfD ist blöd. Boom! Hau ich dir einen aufs Maul. Nase gebrochen. Blut ist. Du sagst, AfD ist blöd. Boom! Nochmal. Ein Zahn ist raus. Lippe komplett aufgeplatzt. Die ist schon richtig schwindelig. Du weißt gar nicht mehr, was Sache ist. Ich sag, du darfst weiterhin sagen, was du willst. Das ist kein Zwang. Kein Genderzwang. Wo soll zur Hölle sollen wir das haben? Stimmt. Es gibt ja gar keinen Genderzwang. Voll gut eigentlich. Also außer, dass es etliche Universitäten gibt, wo du einfach Punktabzüge dafür bekommst, wenn du nicht genderst. Aber das ist ja auch kein Zwang. Oh, danke. KuchenTV. Ich danke dir. Stimmt. Es gibt ja gar keinen Genderzwang. Voll gut eigentlich. Also außer, dass es etliche Universitäten gibt. Gender Pflicht an deutschen Hochschulen. An mindestens 15 deutschsprachigen Hochschulen wurden Studenten schon das Gendern vorgeschrieben. Gibt keinen Zwang. Oh, Uni Kassel, weil sie nicht gendern, Studierte erhalten? Was? Neuer Streit und die geschlechtergerechte Sprache während Universität Kassel nicht gendert, kann offenbar schlechtere Noten bekommen. Ist ja kein Zwang. Du kriegst halt nur nicht die Noten, die du verdienst, weil du nicht genderst. Richtig. Die Welt zerfährt in tausend Stück und Deutschland sorgt sich um Kindergarten. Und dann, wenn du es ansprichst, heißt es nur, existiert doch nicht. Züge dafür bekommst, wenn du nicht genderst. Aber das ist ja auch kein Zwang. Uni Gutachten, Punktabzug für Gendermuffel zulässig. Es gibt keinen Genderzwang. Du wirst halt nur sanktioniert. Zwang, also du musst ja nicht gendern. Du kriegst dann halt einfach weniger Punkte und fällst vielleicht durch, aber das ist ja immer noch eine freie Entscheidung, ob du das machen möchtest. Es ist doch klar, dass die AfD so Wähler bekommt. Und wenn wir nicht so verblendet wären und das Gendern einfach durchdrücken wollen, dann hätte sie wahrscheinlich deutlich weniger Stimmen. Sie sagt, ich kenne Menschen, bei denen in die Persönlichkeitsrechte eingegriffen wurde. Da denke ich zum Beispiel an der Jasmina Kuhnke, der ihre Adresse gedockst wurde, der ihre Familie bedroht wurde, wo das massiv vom Internet ins Realleben gegangen ist. Wie sehr muss Alice Hasters gerade an sich halten, diese Anekdoten von der Gegenseite von ich habe den Moderationsjob nicht bekommen, weil auf ihrer Seite stehen aktive Morddrohungen, auf ihrer Seite stehen Anschläge, auf ihrer Seite stehen Menschen, die sich das Leben genommen haben. Und auf der Gegenseite steht eine Moderatorin, die sagt, weil ich weiß bin, habe ich den Moderationsjob nicht bekommen, weil den hat eine schwarze bekommen. Ja, Fakten sind ja wirklich so schlimm zu verdauen. Wichtig ist es für die Masse noch, in einigen Bereichen wird Gendern eingeführt und daraus macht die AfD einen Kulturkampf. Das stimmt nicht. Die AfD greift Punkte auf. Dank wen? Dank diesen Vollidioten, die in den Bereichen Gendern einführen, obwohl wir hier eine geregelte deutsche vorgeschriebene Sprache haben. Und wegen einigen Vollidioten an Universitäten oder an Arbeitsplätzen kann die AfD damit punkten. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr euch über die AfD aufregt, müsst ihr euch selber fragen, habt ihr die AfD eventuell gefüttert? Habt ihr die AfD gefüttert mit Bullshit-Takes, die ihr unbedingt in der breiten Masse unterbringen wolltet mit der Brechstange, obwohl die breite Masse das gar nicht will und jetzt kommt die AfD und sagt, pass mal auf, wir sind die einzigen hier, die etablierten Parteien, die kümmern sich teilweise wirklich noch um die richtigen Probleme. Wir wollen nach oben kommen, wir brauchen Punkte und da greifen wir es auf. Wir kriegen nämlich die Stimmen von den Leuten, die sich nicht mehr abgeholt fühlen von der Führungsregel und da kommen wir her. Und wir danken die, die küssen euch, die küssen jeden Einzelnen von euch, die fürs Gendern sind, die für Klimaschutz sind, also die sich klimaklebermäßig auf die Straße setzen und so weiter, die geben euch einen Handkuss, die hofieren euch zur nächsten Straßenecke, geben euch noch Kleber aus. Die sagen, ja, ja, ey, du musst, die sind bei euch wie so eine kleine Stimme im Ohr, die müssen unbedingt gendern. Wenn eine Umfrage sagt, die wollen das nicht, einfach sagen, pass auf, dann machen wir nächstes Jahr weiter. Denen mal so richtig klären, es gibt keinen Ausweg, es gibt keine Alternative, damit die richtig sauer werden. Und dann sagt die, ja, ja, wir müssen weiter gendern. Und dann sagt die AfD, tja, also gendern, also wir sind ja dagegen, ja, bitte, füttert die AfD doch nicht. Aber das wäre wieder Hinterfragen, so die eigenen Baustellen, so das eigene. Du kannst ja dich auch nicht beschweren, dass beim Nachbar unten die Bude komplett nass ist, wenn dank dir der Nachbar eine nasse Bude hat, weil bei dir der Rohrbruch ist. Ja, bei dir ist der Rohrbruch, das ganze Wasser geht nach unten und dann schimpfst du auf den Nachbarn. Ja, weiß ich nicht. Hä? Ihr Bösen auf eurer Seite, der sich eure Probleme gar nicht nennen, weil hier sind Leute, die noch schlimmere Probleme haben. Ja, mein Gott, dann wurde sie halt gedoxet und kriegt ein paar Morddrohungen. Die können es nur zum Thema machen, weil das sind ganz einfach Zusammenhänge. Kausalität. Ursache, Wirkung. Sie kommen und sagen, pass mal auf, ihr müsst jetzt gendern. Die Mehrheit sagt, will ich nicht. Die Pseudowalken sagen, doch, doch, wir müssen das weitermachen. Gendern ist richtig und wichtig und die Masse sagt, nein, verpiss dich damit. Und die Pseudowalken, nee, nee, wir machen das jetzt weiter und dann kommt die AfD. So, wir brauchen jetzt die Stimmen. Was, wo haben die denn jetzt wirklich einen Hals drauf? Ach, guck mal, die haben da auf dem Hals. Denn mit Hass und Emotionen kriegt man am schnellsten Stimmen. Die geben euch so einen Kuss an, so, Dankeschön. Macht weiter, sagt, ihr wollt weiter gendern. Menschen im Iran sind dieses Jahr auf die Straße gegangen und wurden danach hingerichtet, weil sie für die Freiheit gekämpft haben. Menschen in der dritten Welt haben weder ein sicheres Leben noch Trinkwasser oder genug Lebensmittel zur Verfügung. Probleme gegeneinander aufzuwiegen ist halt so was von absolut idiotisch. Ja, das Doxing und die Morddrohungen sind absolut scheiße. Trotzdem darfst du doch auch andere Probleme ansprechen. Oder dürfen wir jetzt nur noch das schlimmste Problem, was ganz oben steht, nennen und alle anderen müssen einfach damit klarkommen. Jeder Mensch hat doch seine eigene Lebensrealität und seine eigenen Probleme. Und die darf man auch ansprechen. Ehrlich, die macht mich so sauer. Was kann ich abschließend dazu sagen? Freiraum Reh ist halt genauso lost wie sonst. Sie bringt rassistische Aussagen, ist doppelmoralisch und respektlos unterwegs. Also eigentlich alles wie immer. Ich finde es unfassbar, dass so eine Person immer noch auf der guten Seite steht, obwohl die ein losten Take nach dem anderen bringt. Ich kann es wirklich nicht in Worte fassen. Am Sonntag kommt noch ein kleines Gute-Nacht-Lied für Freiraum Reh in den Cake News. Gönnt euch das auf jeden Fall und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Okay, thanks, bye.